Hallo ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen und herzlich willkommen zu diesem neuen Adventskalendertürchen. Ja, ich hoffe, ihr seid gut in die Ferien gestartet. Die meisten sollten jetzt ja Ferien haben. Und freut euch schon auf Weihnachten. Und um die Zeit etwas zu verkürzen, machen wir jetzt auch Türchen Nummer 21 auf. Und ich sehe schon, das ist das Cloud City Twin Port. Ihr kennt mich, wie immer, baue ich das jetzt für euch auf. Und zwar im Handumdreh. Ja, und da ist es das Cloud City Twin Port. Ich hoffe, es ist jetzt so richtig, wenn ich die Abbildungen oder die eine Abbildung richtig deute, dann müsste es so stimmen. Nettes kleines Minibild. Warum man jetzt da hinten nicht nochmal die Steine investiert hat, um die Lücke auszufüllen, weiß ich nicht. Man erkennt auf jeden Fall gut, was es ist. Ich habe dann auch wieder eine Vermutung, was die nächste Figur sein könnte. Ja, genau. Sehr, sehr cool. Stellen wir auch mal zu unserer Sammlung dazu. Als Ersatzteile bekommen wir tatsächlich nochmal so ein Rucksackteil, was mich überrascht hat, aber kriegen wir wohl tatsächlich einmal so ein Light Blue Fire, einmal ein, nochmal so ein und ein Clear Roofteil. Genau, das sind die Ersatzteile für heute. Unsere Winterlandschaft ist schon fast voll. Drei Türchen erwarten uns noch und ich freue mich schon mit euch, morgen am 4. Advent ein neues Adventskalendertürchen auszupacken. Bis dahin sehen wir uns. Bis denn, ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen. Ciao. Ciao.